Ich begrüße Sie ganz herzlich auf der MS-Rhein-Galaxie beim zweiten Digital Ethics Summit. Es erwarten uns hier heute Gäste aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, Studierende, Experten der Digitalisierung, auch Moralexperten. Wir müssen uns fragen, was wollen wir eigentlich von einer künstlichen Intelligenz, denn eins ist klar, KI-Systeme entwickeln sich mit einer rasanten Geschwindigkeit immer mehr und werden immer besser. Digitalisierung an diesem Ort der Natur, ja der Rhein, er bewegt sich, Pantarei, alles ist in Bewegung und das ist die richtige Location, um anders zu denken. Wir alle tragen dazu bei, den digitalen Wandel diskriminierungsfrei und vielfältig, fair und inklusiv, nachhaltig und demokratisch zu gestalten. Es gab viele interessante Vorträge, ich habe auf jeden Fall was Neues gelernt und ich war froh, auch etwas dabei zu tragen. Ich genieße jetzt noch ein Kaltgetränk hier und werde noch vielleicht das ein oder andere Gespräch führen und denke dann, ist das ein guter Ausgang für den Abend und ich freue mich einfach, dass ich dabei sein durfte und hat mir sehr gut gefallen. ein Kaltgetränk Fähig Adeigkeiten von aram ih I Untertitelung des ZDF, 2020